Einen schönen guten Tag, mein Name ist Solchak99 und ich zeige euch Mordheim City of the Dam. Ja, dann mache ich da weiter, wo ich letztes aufgehört habe mit meinen Reitgländern, nämlich ich warte auf die Belohnung von den Sigmanschwestern, das eine Nebenfraktion hat, wo ich denen mal ein paar Mordsteine gegeben habe, so nach dem Motto, ihr habt die Mordsteine und im Gegensatz gibt ihr mir Gold, so ein Geben und ein Nehmen ist das. So, und da bräuchte ich, glaube ich, noch ein oder zwei Tage, muss ich noch warten, bis meine Belohnung ankommt. Und in der Zwischenzeit werde ich dann wieder eine ganz normale Mordsteine-Mission spielen. Momentan ist es auch geldtechnisch, ja, ein bisschen knapp, aber das ist so dieses, diese Momente, um halt die Fixkosten zu decken. So, äh, ja, 331 Gold habe ich, momentan ist auch die volle Truppe da, beziehungsweise, ihn werde ich noch auf 10 hochbringen müssen. Der Wolfspriester ist, äh, ist, sag mal schnell, ähm, ja, er ist nur ein Magier-Ersatz. Äh, äh, Ingenieur muss ich noch auf, äh, auf 10 hochbringen, äh, wegen der letzten Mission halt. Ich, ich hab schon mal ein bisschen mal geguckt, halt, so, mit den Leuten, mit denen ich die, äh, letzte Mission spielen will, äh, will halt so. Theoretisch gesehen, so bin ich schon gut dabei. So, und dann noch, ja, er kriegt noch, äh, paar Sachen noch, äh, trainiert, genauso wie Ähnchen hier. Man mag ja sowieso, äh, der Schütze hier, äh, muss ich echt noch mal schauen, was ich denen noch alles noch beibringen werde, um halt noch die, äh, Punktewissen hochzutreiben. Ja, dann, ja. So, dann würde ich mal sagen, mal Attacke. So, auch, ein Tag, perfekt. Angst, äh, Angsttag, äh, 19. Ja, oh, Festtag 20, okay. Vorgeheim, 2000. Ja, okay, dann sollte es am nächsten Tag da sein. So, was habe ich da? Brutal, schwer. Brutal, schwer. Morsteinjag, hochdurchschnittlich. Boah, dann nehme ich das hier mit hochdurchschnittlich. Eine Kriegerbande sammelt sich an ihren Kriegerkriegswagen, die andere Kriegerbande teilt sich in drei Angriffstrupps auf. Das geime Lager, Morsteinjag, und dann würde ich mal sagen, Attacke. So, mit dieser Formation gehe ich dann halt, an der Front. Also, im Händlerviertel unterwegs. Also, Missionziel Schlachtfeld, ihr müsst alle gegnerischen Krieger ausschalten oder ihre Kriegerbande zum Rückzug zwingen. Missionziel Morsteinjag, optional. Findet 50% der Morstein und beschützt sie. Das geime Lager. Eure Kundschaften berichten von einem geheimen Ausrüstungslager in den Ruinen. Aber es ist alles anders, als einfach es zu merken. Irgendwie hat eine feindliche Kriegerbande mit Wind von euren Vorhaben bekommen. Schlimmer noch, sie lauern euch auf und haben Streifen und Sand, die eure Krieger von der Flanke her angreift. Das sollte kein Problem sein. Ich denke mal, ich werde, so wie immer spielen, so ziemlich defensiv und gezielt einzelne Leute picken. Das ist echt das Erfolgsrezept momentan. So, gegen wen kämpfe ich? Das sieht nach... Oh, Moment. Äh, hier holt der Läuterung. Das sind, äh, ja, Hexenjäger. Ah, da ist sogar schon einer. Und der will mich jetzt schon anreißen. Okay, da trifft er mich. Okay, ich kann da nix machen, weil er einen Bogen ausgestattet hat. Ach, ärgerlich. Ausweichen hat er nicht geschafft. Somit zwei Treffer einkassiert, aber er wird gleich Thrasher kriegen. Ohne Ende. So, wo stehen meine Leute? Okay, hier sind viele Morschteine. Ja, das ist ein Hexenjäger. Äh. Ja, glaub. Ich glaube, den werde ich mir jetzt, äh, schnappen. Und, ähm, genau. Das war an den Bergen. Was habt ihr dabei? Eine Stoffbrüste. Nehme ich mal mit. Eine Lila, ne? Wunderbar. Und dann schnapp ich mir... Hm, hm. Ich lauf mal drum rum. So. Zack. Einmal. Zweimal. Wunderbar. Kommt, noch ein drittes Problem. Oh, daneben. Naja, aber der heftige Hieb muss sitzen. Bam. So. Und dann... Ausweichen. So. So. Oh. Okay, jetzt sind es noch zwei Leute vor mir noch dran. Da muss ich mal schauen, wie das gleich geahnt habt wird. Okay, acht Morschteine muss ich nur finden. Oh, ist diesmal wenig. Fünfzeitsstück. So, er wird erstmal die Waffen wechseln. So, und dann... Eins, zwei, drei Mal zuhauen. So. Na, wenn er schon im Nahkampf gebunden ist, ja, warum nicht? So. Und... Da hätte ich auch ihnen eigentlich wieder die Waffe wechseln können, aber egal. So, jetzt sind vier Leute von den Hexenjägern wieder am Zuge. So, da ist ein Kampfpriester irgendwo unterwegs. Na, ach, der kommt auch von da. In Ketze-Einheit-Gebieten, okay. Okay, ich habe da ein bisschen gezaubert, aber naja. Das sollte mich nicht spüren. Ich könnte eigentlich den Priester erschießen. Der steht da so gut ist nicht. Ah, okay, da kommt die nächste Truppe. So, wo steht mein Schütze? Mein Schütze steht da. Hm. Ich werde halt den Priester angehen. Ich könnte auch auf 95 gehen. Äh, ich gehe mal auf 88 und... Mach das nur einen Unterschied. Nein, nein, vom Schaden her nicht. Sack. Überkürpeter Schuss. Hat gesessen. Durchladen. Und... Ausweichen. So. So. 49 jetzt dran. So, okay. Ach, daneben. Das ist jetzt die Frage. Gehe ich auch... Ich denke... Ne, der ist ja so gut wie fertig. Da würde ich eher mit so einem... Normalen hingehen. Was mache ich jetzt mit dir an das? Oh. Erstmal Plündern. Oh, giftige Klinge des Todes. Äh... Ah, eine Skavenwaffe. Neh mich mal mit. Oh. Giftig? Habe ich jetzt giftig gelesen? Äh... Greifende Klinge des... Äh... Töten des... Entschuldigung. Okay. So, dann... Äh... Äh... Ich stelle ihn erstmal da hin. So. Ja, okay. Du hast auch nur zwei Aktionspunkte. Äh... Aber das ist aber fies. Parieren. So. So. Ne, ich komme nicht ran. Habe mich selber zugebaut. Okay, da steht doch das Gebäude im Weg. Hm. Das ist aber ein nütter Haufen. Ja, warum nicht? Ich muss nicht erst die... ... und man kann nicht mehr steilen? Hm. Jetzt den Klumpen wieder mitnehmen. Objektiv ist Updated. Na so. Und noch ein Klumpen... Ne. Objektiv ist Updated. So. Inventar ist voll. Das macht nix. Oh, habe ich ja mal nen Jackpot gefunden. Und... Überfallhaltung. So, mein Wolfsplitter ist dann. Ah, okay. Du lässt dich mal um den... Ja, und ihn hier kümmern. Ich finde, ne Resistenz haben die überhaupt. Okay. Der hat ne Resistenz von 1. So, dann nochmal. Oh, Strafe. Okay. So, ne. Zaubern ist nicht mehr. So, hinterm Kopf drauf. Unwürdig. Okay. So. Inche würde ich dann mal... Genau. Wie geht's mal da? Na? Schauen, sehe ich noch was? Nein. Du gehst da mal da. Na so, und ihn werde ich abrücken. Zack. So, falls der Plieger in den OBD kommt. Okay, jetzt sind erstmal vier von Seiten heute dran. Okay, das war ein Treffer. So, da oben ist jetzt so ein kleiner Hexenjäger unterwegs. Aha. Okay, er ist fast fertig. Dann würde ich mal sagen, gehen die Attacken auf den ersten. Zack. So, nochmal. Wunderbar. Wunderbar. Ah, daneben. Okay. Drei von vier Attacken haben getroffen. So. So, du schnappst dir doch mal hier. Kritisch ausgeschaltet. Das ist schon hart. So. So, schon. Hast du einen Dolch? Nehme ich mit. Verkaufen. So, dann würde ich mal wieder wechseln. Und wir wollen den Priester mit dir. Das ist schon mal schön. So. Durchschlafen. Ach, daneben. Okay, dann nochmal durchschlafen. Und ausweichen. Das ist schon mal'. So. Mashell. Gut. Gut. Genau. Damitite. Ja. Ich will einer co ft-kalen, ichALL-chmalzubeина, gua ungefährinka 건 in der Sorte, declaration ebenso hier. Was machen die anderen... äh... Herrschaften... Herrschaften, also... äh... noch gar nichts? Ah... Angst vor... okay... Damit hab ich jetzt nicht gerecht... Okay, daneben... äh... der ist kein guter Kämpfer... Meiner ist auf jeden Fall ein besserer Kämpfer... Oh, da trifft der... okay, der braucht Hilfe... So, der Priester... Stellung halten... Er bufft erstmal ein... Ah, daneben... Seelenfeuer... okay, jetzt fängt er zu zaubern... Ah, ist fehlgeschlagen... Kennste... äh... Einhaltgebieten... okay... Den bufft... nein... Automatische Treffer... äh, doch nicht... Uh... Das war knapp... Okay... So, dann bin ich jetzt mal am gucken, wie ich das gleich alles löse... Weil das sind... nur noch meine Leute dran... Am Stück... So, mein Schütze ist dran... Hm... Ich hab nur ihn im Visier... Ich hab er nicht... Hm... immer noch nicht... Äh... okay... Hm... Das... Das ist aber wirklich doof... Äh... Das ist aber wirklich doof... Dass ich den... äh... Dann mach ich so einen gezielten Angriff... Ach, warum nicht... Hat sogar gesessen... Und... Ausweichen... So... Ah, du hast nur eine Attacke zur Verfügung... Ah, komm ich nicht ran... Und dann nimmst du die Sparta noch nicht... Und dann... Ja... Überfallhaltung... So... Du schnappst dir jetzt mal... Einchen hier... Sturmangriffe erfolgreich... Und... Okay... Er trifft nicht... So dann... Einmal... Zweimal... Einmal... 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 Perfekt... Und... Ausweichen... So... Was mach ich jetzt... Hier am besten... Auf... Klicksplister... Ich denk mal... Eher nicht... So... So... Mein Wolfspriester ist dran... Der schnappt sich dann jetzt... Erstmal den... Kriegspriester... So... 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 Soll ich im Nahkampf gehen... Okay... Der hat einen dicken Hammer... So... Na... So... Mal... Zaubern... So... Mh... Uh... Der hat eine Resistenz von 40... Okay... Das ist schon... Wunderbar... So... Dann... Ehm... Hm... Mhmm... Ja, okay... Nen Robinson... Mhmm... Ausweichen... Angstprobe erfolgreich... Der hat keine Angst mehr. Ah, daneben. Und weiter attacken. Jawoll. Und... Papieren. So, du schnappst dir erstmal den Kriegspriester. Gut. Eine Attacke getroffen. Zweite trifft. Jawoll. Dritte hat auch getroffen. Wunderbar. Und... Papieren. So, ah, okay. Aufrappeln. Wunderbar. Ah, die Attacke ging leider daneben. Ah, verdammt. A new round has started. So. So, jetzt sind erstmal drei Leute von ihnen dran. So. Okay. Der ist irgendwo dahinten. So, da läuft es. Okay, der läuft in eine Falle erstmal rein. Und schießt daneben. So. Krass. Näftiger Heap. Die Attacke sitzt. Die zweite Attacke sitzt. Okay. Geht daneben. Okay. Verteidigungszahl. Okay. So. Ja. Jetzt durch den... Durch den, äh... Zauber vom Priester trifft jetzt äh... Und durch die Verteidigungszahl. Oh, ja. Trifft mein, äh... Schlechter. Aber der hat auf jeden Fall einmal getroffen. Ach, schade. So. Oh, da ist noch ein zweiter Priester da. Ah. Okay. So. Wenn ich mal schauen habe. So. 27.41. Ähm. In 81. Warum nicht? Auf den Hexenhegang. Was macht er? Er verspottet erst mal. Tödlicher Heap. Angriff pariert. Wunderbar. Ah, die zweite Attacke sitzt. Ausweichhaltung. Der Priester, der... ...verliegt die Nerven nicht. Verspottet erst mal. Tödlicher Heap. Tödlicher Heap. Pariert. Okay. Da sitzt die Attacke. Ausweichhaltung. ... ... ... ... ... Da hinten war einer. Was macht er? Er verspottet erst mal. Okay, da sitzt die Attacke. Zweiter Attacke auch. Zweiter Attacke auch. So. Okay, ihn auf 74. 32. Ja, ich werd mal... ... 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 Jetzt sollten, glaube ich, gleich einige Leute fallen von ihm. So, wo ist... achso, du bist da vorne? Okay, da ist ein Priester. Sack. So, Attacke hat gesessen. Hm, verliert. So. Okay, ausgewichen. Betroffen. Und, komm, komm, weg mit dir. So, dann nehme ich mal die Zweihandsachse mit. Okay, du. Genau, warum nicht? So, und dann ausweichen. So, okay. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Ist es da? Da ist der Priester. Zack, einmal. Zweimal. Perfekt. Zubbänden. So. Ach, daneben. Da steht er noch. Marieren. So, mein Wolfspriester. Was mache ich jetzt mit ihm? Ich könnte ihn im... ...angriff schicken. Okay, deshalb fertig. Ich... Ja, ich nehme mal... Ich versuche mal den... Ah, jetzt bin ich an überlegen. Warte mal. Der Priester, der hat noch 108 Treff-Lebenspunkte. Okay, dann werde ich, glaube ich, eher auf den... ...auf den Ritter da gehen. Ich versuche mal versuchen. Einmal. Zweimal. Perfekt. Und... Einmal zaubern. Hm. 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 Warum nicht? Damit er, äh, gleich weg ist. Und dann... Ich hoffe, dass das Ausweichen bei ihm gelingt. Kritisch getroffen. Aber nicht betäubt. Ah, da steht er noch. Gut, mit ihm würde ich dann... Äh, nicht lösen. Nicht fliehen. Ach, verzögern kostet drei Punkte. Okay. Hm. Drei Punkte. Wäre ich dann rübergelaufen, oder? Ich hätte ihn dann im... ...nahkampf gebunden. Ich verzögern. So. Geh einmal daneben. Weg mit dir. Mal schauen. Mal schauen. Den... ...Sigma retten. Äh, Zweihandhammer. Oh, verwirrende Dämpfe. Was macht das? Plus 15% Fernkampftreffer-Schad. Okay. So. Zack. Den Hexenjäger einmal gebunden. Er ist noch dran. So, jetzt kommt die Frage, was mache ich jetzt mit ihm am besten? Rüberlaufen und versuchen, den Priester zu... ...mhm... ...zu blockieren. Ich glaube, der Priester ist ziemlich spät dran. 62. Okay, das ist doch ziemlich... Okay. Mein Anführer ist vorher dran. Äh. Ne, dann würde ich mal... Ich komme nicht so weit hin. Ha. Gut, ne, dann würde ich halt den Hexenjäger. Einfach zwingend auf Moral. Neue Kampfrunde. Okay. Das war's. Hier ein Heap. Ausgewichen. Heftiger Heap. Oh, ein Treffer. Heftiger Heap. Getroffen. Das war jetzt... ...ist nicht seine große Stärke. So, dann. Das war mal. Komm schon. Die Attacken müssen... ...daneben. Hm. Und... ...komm. Ja, okay. Hm, verzöbern. Bringt mir nix. Der Priester ist, äh, jetzt dran. Äh. Ich könnte, äh... Ne, fliehen ist auch keine Option. Ja, Ausweichhaltung. Hier eine Attacke. Gefehlt. So, was macht der? Okay, der zaubert erst mal. Oh, pariert. Das ist schon mal gut. So, er verliert die Nerven. Und kriegt erst mal ein Gratis-Treffer. Zwei Gratis-Treffer. Und er zieht sich zurück. Und lädt nach. So. So lädt es nach. Okay, den krieg ich nicht anvisiert. Ich will doch nur diese Priester haben. Den ich so auch nicht anvisieren kann. Jetzt aber. Ach, daneben. Okay, ah, das ist nicht gut. Oh nein, kritisch getroffen. Nein, und sogar betäubt. Ah. Das ist nicht gut. Oh, mein Schütze ist dran. Ah, okay. Ach, da ist dein Chef. Dein Chef ist da vorne. Okay. Hm. Mein Chef ist da vorne. Okay. Ist auch gleich dran. Getroffen. Gut, äh, durchschladen. Und schnell weg. Ja. So, was macht sein Chef? Gut, der macht irgendwas anderes. So. Ah, daneben. Ah, gut, dann probieren. So. Weg mit dir. Was ist das tut noch? Ach, ich nehme mal alles mit zum Verkauf. So. Wo kann ich jetzt so nicht ran. Wie ich da reinlaufe, verließe ich einen Bewegungspunkt. Ich muss mal schauen, wie ich das, 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 das lösen kann. Oh? Ah, da kann ich echt nicht ran. Ich will doch nur diesen dummen Priester hier, äh, binden. Ah, ja. Ja. Kann ich machen, was ich will. Oh, glaub ich, ich komme es doch an den, oder? Jawoll. An den, zerheben. Nein, ich muss das machen. Ah, schade. Kein Crit. So. Den treff ich besser. Sack. Ihn will ich weghaben. So. Er rappelt sich wieder auf. Das ist schon mal schön. Äh. Okay, fliegt jetzt nicht. Gut. Ach. Parieren. So. Mein Wolfspiel ist da. So. Warum nicht? Warum nicht? Schaden. Zu machen ist nie verkehrt. So und dann noch Glitterfrost auf Biel. So und dann ausweichen. So. Okay, ich könnte jetzt theoretisch Jagd auf den Hexenjäger machen, aber das werde ich nicht machen. Ich werde mir da den... Okay, an ihn komme ich leider nicht ran. Okay, dann werde ich doch... Ja, dann müsste er doch irgendwo hier... Irgendwo lauern. Er ist ziemlich weit weg, okay. Ja, aber wegen den hohen Bewegungspunkten halt. Nee, dann gehe ich doch nach oben. So. Ja, du gehst ja auch nach oben. Zack, ist ja nicht verkehrt. Neue Kampfrunde. Okay, versprochen erst mal. Ja, der tötet euch hier hinten sitzen. Gut, dann macht er nichts mehr. So, guck ich jetzt auf den Priester. So. Sag einmal... Daneben. Ja, ich hoffe, dass er nicht furchtlos ist. Ich gehe jetzt... Zweimal. Jawohl, dreimal. Und... Ihn nicht verzögern, nicht zu bänden. So. Sein Held ist dran. Der... Abgehauen ist. Ah, da ist er wieder. Ah. Treffer. So, wazul... Ah, okay. Der Priester fiel in die Nerven. Der macht dann nichts. So. Was ich mache... Na, ich denke mal, ich werde hier... Ich werde das Sekundarziel erst mal erreichen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo da die Morsteine sind. Sind hier irgendwo im Gebäude? Ah, okay. So. Ja, sind ein Stock höher. Okay. Ja, gut. Dann eine Kletterprobe machen. Ah. Perfekt. So. Einmal. Zweimal. So, Sekundarziel 2. Oh, schon wieder 10 Lebenspunkte bekommen. Und... Fragmente nehme ich auch noch mit. Ich brauche noch ihn im Visier. Okay. Okay. Den schnappe ich mir. So, Zubbänden. Oh, das wird knapp. Oh, das ist wirklich knapp. Verspotten, okay. Gut, ein anderer ist dran. Sein Anführer ist dran. Keine Ahnung, wo der am rumlaufen ist. Okay. Da ist der. Okay, der läuft hier, der läuft hier herum. Gut, den könnte ich einmal nur drücken schießen. Ja, komm. Ja, komm. Ah, der geht leider daneben. Gut, dann... Hier hin? So. Ach, ausgewichen. Kann ich verzögern? Ich verzöge. So. Ihn fertig. Daneben. Komm schon. Fertig. Kritisch getroffen, aber nicht betäubt. Und... Da steht er noch mit einem Lebenspunkt. Ich fasse es nicht. Äh... So. Einmal. Perfekt. Okay, da würde ich jetzt auch mal verzögern. Okay, verzögern kostet drei. So, mein Wolfspriester. Inbuss. Was macht das? Okay. Nichts Schlimmes. Ich könnte da hinrennen und ihn in eine Attacke verpassen. Butter. Zaubern. Zauber macht ihn wenig. Ich laufe mal zu ihm mal hinmal. Und hoff auf das Beste. Zauber braucht drei. Bäm. 90 Schaden reingehauen. Und... Und... So. So. Ja, mal schauen. Was hast du dabei? Okay, sperrt schön. Hm. Kann ich nicht mitnehmen. So. Mal gehen. So, wer ist noch... Alles dran? Du bist... Bist noch dran... Du warst schon... Du warst schon... Du hast noch... Äh... Okay. Ah, er könnte noch... Nee, er wird sich dann ihn hier schnappen. Okay, das sind... Hm. Boah, es sieht momentan nicht so gut aus für den einen. Ich werde ihn verlieren. Habe ich das Gefühl. Ja, parieren. Bleibt hier nichts anderes übrig. So. Okay, noch ran. Komme ich noch ran? Jawoll. Na okay. Daneben. Und... Weiß nicht schaden. Nicht betäubt. So. Also, was mache ich mit dir? Okay, da würde ich jetzt ganz einfach... ...schnappen Hexenjäger machen. Einfach. Einmal. Jawoll. Weg ist der. Ah, was hast du denn... ...dabei? Ah, ich nehme alles mal mit mal. So. ...zu bänden. Ist nur noch Taschenfragen. Jawoll. Gut dann. Versuch. Wird ich ihn noch beklauen? Ach so, zwei hat Axt dabei. Macht nichts. Ein bisschen fürs, äh... ...Gold. So, jetzt komme ich gar nicht mehr ran. Gut dann, äh... Hm, 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 hm. Ah. Händen wir noch eine Leiche zu plindern da gewesen. So. A new round has started. So, neue Kampfrunde. Und... Ja. Das ist schon mal gut. So, er hat mir keine ausgeschaltet. Ich habe sieben Stück ausgeschaltet. Oh, meisterliche Formel unbekannt. Formel unbekannt. Ambrust Pistole. Wunderbar. So, ein entscheidender Sieg, äh... ...errungen. Wenn der Baron hört, ...wie ihr den Feind gezimiert habt, ...wird er sich freuen wie ein Halbling ...in einen Tortenladen. Vielleicht lässt er euch sogar... ...ein bisschen Gold als Sack zukommen. Hoffe ich mal. Mal Gott kann ich immer gut gebrauchen. So, mal schauen. Zack. Er kriegt direkt zwei Punkte. Einmal auf Kampfpferd und einmal Metall. Wunderbar. Leichte Verletzung. Ah, war klar. ...aber einmal physisch und, äh, Kampf. Oh, auch physisch und Kampf. Wunderbar. Nice progress. Oh. Gleich drei... Oh, gleich vier Punkte dafür verteilt. Das ist schon mal schön. Ja, nur ein. So. ...zwei. Das ist auch nicht schlecht. So. So, was habe ich da alles? Ambruster Schrecken. Oh, sehr viel lila Zeug. Formel, äh, Formel der Söldner, Formel der Erholung, Formel der Kundschafter. Das war mal Stoffbrüstung. Warum nicht? So, dann eben kurz mal die, äh, Bandung bezahlen. Zack. So, und einmal 116 Gold. So. So, dann würde ich jetzt mal einmal kurz austauschen. Ja, habe ich keine... Ja, okay, ausgerechnet er fällt aus. Aber das macht nix. So, dann kommst du wieder rein. Zack. So, dann... ...dann auch schnell die Aufschiege machen. Nein, 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 auch nicht. So, wo sind die da? Okay, du, einmal, hm, wie ist denn der jetzt? Ah, perfekt. Da ist doch der W6er. Mental, was kriegst du? Und dein Intelligenz steigert. Äh, bapapapap. Braberschein, Magieristenz. Ja, okay. Das hört sich schon mal nicht verkehrt an. Und Kampf. Und Kampf. Oh, dein Kampfwert steigert. Das ist schon mal schön. Zack. So, der nächste. Nein. Tu das auch zweimal. Einmal physisch. Seligkeit steigert. Okay, mehr Gesundheit geht immer. Zack, und mal schauen. Kampf. Und dein Fernkampf steigert. Ja, vielleicht gebe ich Ihnen auch so auch Spaß, mal eine Pistole in der Hand, um halt nur die Punkte zu erhöhen. So. Dann physisch erst mal. Oh, Gewandtheit. Okay, sein Widerstandswert steigert. Ausweichschanze auch. Warum nicht? Und Kampf. Bei dir steigert auch die Balliste. Ja, kriegst du auch mal. Äh, mal eine Pistole in meine Hand. Bedrückt halt. So, er darf viermal würfeln. Einmal physisch. Gewandtheit. Dann, mental. Da ist es die Moral. Dann, zack. Zweimal Kampf. Meins. Genauigkeit. Nummer zwei. Oh, Fernkampf. So. Blüht das nur auf physisch. Okay, Gewandtheit. So, dann der Wolfspriester. Du auf Stärke direkt. Ähm. Gewandtheit wäre nicht schlecht. Und mental. Und mental. Da geht die Moral hoch. So. Zack. Ja, das war's. So, dann... Keine Lieferung gefordert. So, dann könnte ich noch schauen. Könnte ich noch ein bisschen Gold noch verhauen. Da muss ich jetzt mal schauen. Okay. Äh... Du hast auch den heftigen Hieb. Verkrüppelter Schuss. Das muss man ja echt... Erstmal schauen halt. Äh... Zack. Fähigkeiten. Du brauchst einen auf... Okay, Kampfgeschick hast du. Das ist kein Thema. Okay, parieren. Über 100%. Genauigkeit. Hm. Stärke. Okay, das ist so... Was habe ich noch da für passive... Ich glaube bei Ihnen... Da war irgendwas. Gif... Achso. Eine Zähigkeit von... Achso. Unaufhaltsam wäre nicht schlecht. Öh... Du... Du... Beubruckswiderstand... Wäre jetzt nicht schlecht. Abgehärtet. Mehr Trefferpunkte. Schnelle Erholung. Hm... Gift widerstehen brauchst du auch nicht. Gif... Also... Äh... Nicht genug Gold ist ja nicht schlimm. Ich kriege ja bald Gold. Hinterhalt... Hinterhalt... Meister... Ne, das ist so... Gegenschlag... Befehlzahaber... Besonnen... Inspiration... Ja, okay. Äh... Äh... F.A. Stammer... Schlachtbefehl... Willenstark... Willenstark... Ah, okay. Willenstark wäre jetzt auch nicht verkehrt. Sogar um einiges besser... Äh... Als... Äh... Äh... Wo war das nochmal... Belastbar... Äh... Achso... Ne, das ist gegen... Äh... 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 Auch nicht verkehrt... Aber Aufmerksamkeit... Hat er nicht so viel... Ne, dann würde ich dann eher hier auf... Äh... Äh... Schießen soll er ja nicht... Schmerzhaftes... Äh... Hm? Ist das auch nicht verkehrt... Fängen... Außenseiter-Bonus... Nein... Genauigkeit 9... Hat er nicht... Tiefe Wunden... Ne, auch nicht... Kampfexperte... Werte... Hm... Crit... Ne, gut, dann würde ich... Würde ich das... Gold nochmal sparen... Halt... Ja, das würde ich dann an ihm... Sparen... So, der Magier... Okay, der braucht echt... Ziemlich viel Gold... Hm... Zack, zack... Was kann ich die Magier noch beibringen? Noch... Aufhaltsam... Äh... Betäubungswiderstand... Der hat keine hohe Morale... Scherbbesuch... Aufmerksamkeit... Ist leider nicht hoch... ... Nein, mit Schießen ist auch nichts... Schwachstelle... Ja... Äh... Zwischendurch war im Nahkampf... Halt... Er soll ja zaubern... Ne... Da war sie jetzt auch nicht so ganz... Äh... Na, glaub ich werde erstmal den Tag mal überspringen... Mal schauen... Und soll er wählen... So... Okay... Okay... Äh... Kommt die Parade... Der eine wird noch wandelt... Sigmars Zuflacht hat... Eure Lieferung gehalten... Und euch im Gegenzug... Die Belohnung... Gesandt... Erstehen neuen Söldnerhalter zur Verfügung... Wunderbar... Jetzt habe ich Gold... Ohne Ende... Und ich kann jetzt wieder ein bisschen arbeiten... Aber das will ich nächstes Mal machen... So... Und... Ja... Ja... Dann würde ich mal sagen... Mal... Würde ich jetzt den Stream lang zu wenden... Ich hoffe der Stream hat euch Spaß gemacht... Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch... Bis bald... Und...